Hey Leute, ich wollte nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir eine Aktion gestartet haben, um Opfer des Krieges zu helfen, um Leuten zu helfen, die leider Leid erfahren mussten, in der Kriegssituation gerade. Und deswegen haben wir einen Song geschrieben, und zwar den singen nicht nur Abel und ich, sondern da singen all meine Geschwister mit. In unserem Shop haben wir jetzt neue handsignierte CDs rausgebracht und auch die Peace-T-Shirts. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen oder ihr könnt auch nur helfen durchs Anklicken des neuen Musikvideos. Das ganze gesammelte Geld spenden wir dann zu Nachbar in Not. Also, wir sehen uns jetzt gleich noch um elf mit einem neuen Video von Arne und mir und in der Zwischenzeit könnt ihr noch gerne tausendmal den Song anhören. Nice pass, aber bis später. Küsschen!